Wir nominieren die fünf Freunde. Ja, lieber Kortz, heute lasst mich ganz herzlich für die Nominierung zur Cold Water Challenge. Da der Rup leider noch immer in Amerika ist, müssen wir das heute leider zu viert machen. Wir wünschen eine gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Nein, nein, wir trinken sie ja oben, dass die Gläser voll sind auf dem Video, es ist krass. Das wird ja auch schon mal da. Du trinkst auch, nein, nicht. Prost, 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 Prost! Jetzt machen wir die Eisbacke jetzt schnell in Schau gleich noch. Ja liebe Leute, jetzt ist noch Zeit, dass wir Arwin nominieren. Und zwar von mir hat spontan keiner eh, aber pass auf einmal. Von dir noch eh. Ich möchte nominieren in Andreas Gabalier. Danke! Der war mir nie eh gefallen, jetzt pass auf einmal. Von dir auch noch eh. Wir nominieren Semino Rossi. Der war wohl weit nicht eh gefallen, jetzt pass auf einmal. Einen haben wir noch. Ganz rechts außen. Ich sag mal von dir auch noch eh. Hansi Hintersäher. Der Hansi Hintersäher. Wir bedanken jetzt ganz herzlich und wünschen euch alles Gute für die weitere Zukunft. Dankeschön. Dann kommt noch ein bisschen. Kommt noch ein bisschen abspannen noch und wenn du es fertig sind zu drehen. Kommt genauer während das Dich fertig ist. Oh, der Rob ist so cool! Vielen Dank.